Beim Einfügen von Bildern in wissenschaftliche Arbeiten lauern einige rechtliche Fallstricke. Prüfen Sie deshalb zunächst die folgende Checkliste ab, um sicherzustellen, dass Sie das Bild auch wirklich in Ihrer Arbeit verwenden dürfen. Inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Bild. Es dient nicht nur als Deko, sondern wird kritisch kommentiert bzw. diskutiert. Änderungsverbot. Bilder dürfen nicht kommentarlos verändert werden. Falls Sie Änderungen vornehmen, müssen Sie diese immer kennzeichnen. Bild notwendig. Erlaubt sind Bilder, die nicht weggelassen werden können, ohne dass der Text seinen Sinn verliert. Wenn das Bild diese Punkte erfüllt, ist eine präzise Quellenangabe erforderlich, die eindeutig beschreibt, wie man das Bild im Original finden könnte. Verwenden Sie nur so viel Bebilderung, wie absolut notwendig ist und prüfen Sie, ob zwingend dieses Bild und kein anderes verwendet werden kann. Wenn es austauschbar wäre, ist das Bildzitat nicht zulässig. Abbildungen ohne individuelle Kreativität wie bei Darstellungen von Datenmengen und Formelzeichnungen können beliebig vervielfältigt werden.